In diesem Video möchten wir Ihnen zeigen, wie Sie die Lampe Ihres Knüdel-Dämpfers austauschen können. Lösen Sie zuerst die vier Schrauben der oberen Abdeckung. Nehmen Sie jetzt die Abdeckung nach oben ab. Sie können jetzt die Lampe austauschen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017